Servus, wir haben heute wieder den alten Bekannten im Haus, Golf 7R 4 Facelift. Und wir haben einmal ein Upgrade für unseren Heckflügel HF 623, zweiteiliger Clubsport-Hackflügel. Wem das Ganze noch nicht krass genug ist, gibt es nochmal eine Verlängerung dazu. Und für den hinteren Stoßfänger haben wir auch nochmal Heckansätze, die die Kontur vom TCR-Look Seitenschweller nochmal schön übernimmt und super in das Heck mit einfließen lässt. Wie wir das Ganze jetzt im Handumdreher montieren, zeige ich euch jetzt. Zuerst beginnen wir mit dem Heckflügel. Hier habe ich zuerst die Passgenauigkeit kontrolliert und im Anschluss habe ich mir dann Markierungspunkte gesetzt, sodass ich den Heckflügel sauber und vor allem auch mittig platzieren kann. Um natürlich eine ordentliche Klebekraft erzeugen zu können, müssen wir den Untergrund natürlich auch sauber machen. Sprich, ich habe jetzt das Ganze erstmal mit Wasser vorgereinigt. Im Anschluss habe ich nochmal einen Glasreiniger genommen, um schon mal die Gruppen schmutzfein wegzunehmen. Und im Lieferumfang habt ihr nochmal einen sogenannten Surface Cleaner enthalten. Damit tun wir jetzt die Fläche nochmal endgültig verhandeln, dass diese natürlich auch vollkommen fett- und silikonfrei ist. Das Tuch ist eingedrängt schon mit einer Reinigungsflüssigkeit. Und jetzt fahren wir genau die Klebefläche ab. Ich gehe hier ruhig gerne ein paar Mal drüber, weil umso besser der Untergrund vorbereitet ist, desto besser hebt er natürlich. Jetzt lassen wir das Ganze noch kurz verflüchtigen. Das seht ihr dann, wenn hier ein leichter Film sich noch gebildet hat. Und wenn der weg ist, dann können wir quasi loslegen. In der Zeit tun wir die Schutzfolie entfernen. Das ist ab und zu mal ein bisschen ein Gefremel. Aber ich sage, ich habe Glück auf dem ersten Versuch. Jetzt setzen wir den Heckspoiler an. Achtet drauf, dass wenn er sitzt, dass er gleich richtig sitzt. Ich press ihn jetzt hier in der Mitte an. Hebe die eine Seite noch hoch. Orientiere mich hier an der Außenkante nochmal. Und dann können wir natürlich andrücken. Das Gleiche auch auf der anderen Seite. Wichtig ist hier, ruhig kräftig drücken, damit das Klebeband eine saubere Bindung eingehen kann mit der Oberfläche. Und schon können wir unsere Markierstreifen abnehmen. Und zu guter Letzt kommt noch die Schutzfolie rüber. Und dann kommt uns ein richtig schönes Glossy Black entgegen. Und der Heckflügel ist schon montiert. Sieht sehr, sehr geil aus. Aber ich will es im Gesamtpaket sehen, deswegen machen wir jetzt mit dem Heckansatz weiter. Beim Heckansatz ist es an sich dasselbe Spiel. Wir setzen den erst mal grob an, wie er später montiert sitzen soll. Und zusätzlich ziehe ich mir noch mit dem Klebeband als Montagehilfe die Oberkante entlang, damit ich weiß, wo er später sitzen soll. Wichtig ist vor allem hier hinten, weil hier müssen wir als erstes ansetzen, direkt an der Radlaufkante entlang. Hier tun wir die Klebefläche auch nochmal vorbereiten. Und endgültig reinigen. In der Zeit, wo das Reinigungsmittel jetzt verflüchtigt, ziehen wir jetzt wieder die Schutzfolie ab. So, wie gesagt, wir setzen das jetzt hier hinten an. Und dann drücken wir das Ganze wieder fest an. Und, voila, sitzt die erste Seite schon. Hier können wir auch schon die Schutzfolie abziehen. Und dann kommt uns auch hier wieder farblich passendes Glossy Black entgegen. Und man sieht schon, auch hier mit unserem Diffusor gibt es einen sehr schönen Übergang nochmal, der dann später in die Schweller weitergeht. Machen wir noch schnell die andere Seite. Im Hand und Drehen haben wir jetzt beide Bauteile montiert. Ich finde, sehr, sehr geiler Look, gerade auf dem Club-Sport-Spoiler. Diese Verlängerung macht das Ganze nochmal richtig schön aggressiv. Und die Heckansätze, die passen echt super gut zu den TCR-Look-Schwellern und geben einen richtig schönen Übergang auf unseren Diffusor. Alles in allem war das echt eine verdammt schnelle Nummer mit sehr großer Wirkung optischermaßen. Und ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Teilt es gerne in die Welt hinaus. Und schreibt doch mal, wie ihr die Anbauteile findet. Ihr könnt sie euch jetzt nochmal im Detail anschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020